Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Rollercoaster Taku 3 Deluxe Edition. Ich habe gedacht wir fangen mit Wild an und machen dann Soaked zum Schluss. Mir hat Soaked persönlich ein bisschen besser gefallen als Wild und das glaube ich gedacht kommt das Beste dann zum Schluss. So wir haben oder wir sind in Szenario 2 und unser Szenario heißt Straußenfarmebene. Mein Gott ist das laut. Diese Straußenfarmen in der Savanne ist erst kürzlich auf den Markt gekommen und könnte schon ziemlich bald flügge werden. Sie ist der ideale Lebensraum für große Wildtiere aber kaum die richtige Kulisse für einen Themenpark. Ziehen sie ihren Kopf aus dem Sand und machen sie aus diesem Unternehmen einen Erfolg. Tiere der Art 2.000 Pferde. Tiere können gezüchtet gekauft blablabla werden. Gesamtmonatliche Bannernamen von 200 und gewinnen aus dem Verkauf von Tieren. Sträuße? Hä? Aus dem Verkauf aller Tiere erzielbar. Bedingung kann jederzeit erfüllt werden. Das müssen wir mal gucken was das hier ist. Das weiß ich nicht. So was haben wir denn hier? Was bist du denn? Keine Ahnung. Da gucken wir besser mal. Was wir denn hier schon haben? Da haben wir nix. Auch nicht. Auch nicht. Tiere. Strauß, 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 Strauß. Okay wir haben Sträuße. Oh. Ich sollte mal wieder auf normale Geschwindigkeit stellen. Ja also wir sollen jetzt Nilpferde anschaffen. Aber erstmal nehmen wir. Wo war das denn jetzt hier ne? Sträuße brauchen doch auch irgendwie was zum Spielen oder nicht? Ich weiß nicht was mögen Sträuße denn? Affe. Ich habe keine Ahnung was Sträuße mögen. Aber ich glaube wir brauchen auch noch... Ah Tierpfleger haben wir. Okay. Dann haben wir da Tierpfleger. Und dann haben wir hier... Äh... Eine Reinigungskraft. Zack. Die da mal hier rum geht. Weil noch haben wir ja ganz wenig Besucher hier. Ja da müssen wir mal gucken. Äh... Nilpferde. Weil die so brauchen. Rauchen. Geht es denen überhaupt gut? Hunger, Durst. Strauß, weiblich, erwachsen. Benötige kleines Pflanzenfresserhaus. Oh dann machen wir das erstmal. Äh... Raubtierhaus, Elefantenhaus, Affenhaus. Großes... Kleines Pflanzenfresserhaus. Machen wir so. 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 Okay. Und dann? Hunger und Durst haben die... Tierhäuser, Besuchergalerien. Das ist dann nur noch Spielzeug, ne? Ähm... Tierhäuser, Besuchergalerien. Das ist dann nur noch Spielzeug, ne? Aggressive Raubtiere. Okay. Ich glaube nicht, dass die aggressiv sind. Äh... Pflanzenfresser bekommen etwas zu fressen. Kaufen wir mal hier. Ich hab keine Ahnung, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Gar kein Plan. Shakira. Ah, Shakira. Ah, Shakira haben wir, ähm... Mit im Gehege. So. Jetzt wollen wir mal gucken bei Gehege. Wir sollen ja Nilpferde bauen, ne? Nilpferde, ja. So. Nilpferde. Was brauchen denn Nilpferde? Kann man halt irgendwo gucken? Hier, wa? Nilpferd. Da haben wir das Elektrozaun. Das heißt... Elektrozaun müssen wir bauen. Aber wie groß muss denn das Gehege für die sein? Würde ich sagen, machen wir das hier. So. 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 Und so. Äh... Häuser. Raubtier, Löwe, Panter, nein. Nilpferd, Nashorn. Nilpferd, Nashorn. Dann machen wir das so, dass das für die Leute hier einsehbar ist. Ich weiß gar nicht, brauchen die auch irgendwie Wasser? Diese Tiere. Männlich und weiblich. So. Was fehlt denen denn? Nilpferd, benötigt großes Pflanzenfresserhaus. Ja, das haben die ja hier. Äh... Aber ich hab... Herausforderung. Ihnen wurde eine neue Herausforderung gestellt. Der Jäger. Ein ehemaliger Jäger, der sich besonnen hat, möchte noch einmal die Faszination der Jagd erleben und würde uns eine beträchtliche Menge Geldes zukommen lassen, wenn wir ihm diesen Wunsch erfüllen könnten. Falls sie einverstanden sind, wird er fünf Tiere im Park freilassen. Sie haben dann eine Woche Zeit, um sie mit ihrer Pfeilwaffe zu betäuben. Woher machen wir mal? Und wie geht das jetzt? Dann müssen wir jetzt hier machen. Ah, jetzt sind ja bis jetzt keine Tiere weg. Ich habe keinen Plan hier, weil wir ja hier... Ah, wir könnten ja mal... Nehmen wir mal Wieson-Bürger. Machen wir so hin. Herrschies Kissing Tower muss noch warten. Natürlich zur vollsten Zufriedenheit, wie immer. Das machen wir 60, 80, das ist schon in Ordnung. Und da schlagen wir auch 50 Cent auf, machen wir das so. Alles klar. Dann brauchen wir ja noch was zu trinken. Mach mal Getränke allgemein. Auch synchronisieren, natürlich wieder nach Kundenwunsch. Eine Limonadendose kostet 90 Cent. Wasser 1,30 Euro. Vanilleshake kostet alles 1,30. Schade, sie haben die Herausforderung nicht rechtzeitig bestanden. Ja, ich weiß doch nicht, was ich hier machen sollte. Ja, waren doch keine Tiere frei. Habt ihr hier irgendwelche Tiere gesehen? Bescheuert, ey. Ach ja, wir müssen ja auch noch... Tiere Zubehör. So, hier kriegt der was zum Spielen. Gaufrier. Hier. Ich weiß gar nicht, sind das Pflanzenfresser? Aber die müssen doch auch bestimmt irgendwie was Wasser haben oder so. Ja, Pool kann ich mir nicht jetzt vorstellen, aber... Die sind doch auch gerne im Wasser. Oh, Pflanzenfresser, das hier. Gaufrierfleischblock. Objekt verkaufen, das essen die nicht. Wenn das Pflanzenfresser sind, dann... Aber es ist doch schon komisch, dass ich... Besuchergalerie. So. Warte mal hier, 1 Euro. Na komm, mach mal hier. Nein. Mach mal 1,20. So. Ja, ich weiß nicht, ob ich mal hier so ein Graben hinmachen soll. Terra. Terra. Machen wir mal nach unten. So. Dann. Mit Wasser füllen. Mal gucken, ob die da reingehen. Ich weiß es nicht. Normal gehen die doch in Wasser rein. Was ist das? Ach, ein Fels. Irgendwie kommen die Tierpfleger hier nicht richtig zurecht. Äh. Naja. Wird schon irgendwie werden. Ich hab keine Ahnung. Warte ich jetzt hier... Vielleicht auch einen Baum. Irgendwie. So eine Akazie. Hier. So. Ne. Er ist zu groß. Ihr kriegt hier... So ein... Baum. Hierher auch. Zwei. Ja, wo. Das haben wir jetzt hier gemacht, ne? Gesamt- und monatliche... Ja, wir müssen auch noch irgendwie was... Äh. Hier hinbauen. Machen wir mal hier so eine Tassenbahn hin. Ist das jetzt hier schon? Oder? Äh. Machen wir das hier hin. Nimm mal das hier. Als ein... Beziehungsweise. Haben wir jetzt hier sandig. Ne. Ist falsch, aber egal. Dann haben wir hier Sci-Fi. Western. Nimm mal Abenteuer. So. Dann nehmen wir hier für... Zwei Euro. Zack. Und wir müssen ja noch irgendwelche Sträuße verkaufen, ne? So. Und wir brauchen auch... Äh. Ne Toilette. Und was wir auch mal machen sollten, ist... Äh. Hat Strauß Junior zur Welt gebracht. Ja, ist ja schön. Ähm. Hier so ein Stand. Hier so ein Stand. Können wir ja hier hin machen. Dann machen wir wieder Schirmen wie immer. Zwei. Und wir müssen jetzt auch Sträuße verkaufen. Und wir müssen jetzt auch Sträuße verkaufen. burnout. B